Wie finden Sie das Fahrradkonzert? Sehr gut. Ich mache das das erste Mal ins Kepäck. Ich sehe das auch toll. Ich bin schon das zweite Mal dabei. Na super. Sehr schön. Ganz toll. Toll organisiert. War wunderbar. Wetter hat mitgespielt. Alles super. Ganz große Klasse. Ehrlich, macht Spaß. Wir sind so viele tolle Leute. Es war letztes Jahr schon sehr schön. Es war dieses Jahr wieder sehr schön. Es waren so abwechslungsreiche Kulturprogramme, dass es richtig Spaß gemacht hat an allen Stellen. Sehr schöne Veranstaltung. Wir finden das gut. War gut organisiert. Ja, und für den Musikgeschmack war ja auch was dabei. Muss man nicht viel sagen, oder? Ich sage es einfach super gewesen dieses Jahr. Wir haben gutes Wetter gehabt. Stimmung war gut. Und die Station war auch sehr gut. Super. Ganz toll. Ganz toll. Das war sehr, sehr schön hier. Eine wunderbare Idee. Wir waren das erste Mal mit dabei gewesen. Aber eine sehr schöne Idee, schön gemacht. Sehr gut. Hat uns sehr gut gefallen. Wunderbar. Haben wir bei jeder Station gesagt. Hat uns super gefallen. War sehr schön. Bin das erste Mal dabei gewesen. Ja, ganz toll. Aber auf einmal. Mit der Gästelebensernion! Von Norden und noch etwas. Mit der Gästelebensernion. Aber in der Gästelebensernion. Wo man die Gästelebensernion. Wo man die Gästelebensernion. Vielen Dank.